Seit 54 Jahren beginne ich den Arbeitstag um 4 Uhr VÖ. Um 6 Uhr VÖ sind die Kollegen noch nicht in Betrieb. Unser Arbeitstag für alle beginnt um halb 7 Uhr und in dieser Zeit finde ich ausreichend Gelegenheit den Tag zu organisieren, Maschinen einzuschalten und diese Startklass zu machen für den Arbeitsbeginn. всё ist. Mr. Reisch is a very aspiring person for me, he is like a teacher, he tell me every day stories about coffee. W ande Ich roaster green coffee beans, I take a small amount, put them in the roaster at 200 degrees. Then you can see that the colour change from green to cinnamon to brown. Man hört einen Kräger nach wenigen Minuten, wenn der Kräger schneller geht und die Kaffeebeams sind fertig. Wir benutzen den 5kg-Roaster für spezielle Kaffee, weil auf diesem Roaster den Roasting-Prozess leichter kontrolliert wird und man mehr fühlt sich über die Kaffeebeams und auch über den Charakter der Kaffeebeams. Ein frisch geösteter Kaffee ist eher neutral, der Geruch, das Aroma des Kaffees entwickelt sich erst nach einem Tag. Es ist kein Lehrberuf der Östmeister zu sein, man muss eine Liebe zum Produkt haben. Die Voraussetzung zu einem perfekten Östergebnis ist langjährige Erfahrung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Reune